Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich spreche nicht von Ihrem Dienstmädchen. Ich spreche von Ihrer zukünftigen Schwiegertochter, Frau Wolker. Geben Sie mir meinen Schein zurück, Inspektor. Sie sind wohl wie Ihr Betontenzug. Gestern Abend geben Sie mir zur Aufbewahrung und heute... Bin ich nüchtern. Mein Schein hier. Wenn Ihre Frau das Dokument findet, schlimm für Ihre Ehe. Sehr schlimm. Dann vertrauen Sie doch meinem ehrlichen Gesicht. Mein Schein zurück! Nee! So gescheit! Schreiben Sie ruhig, Frau Wolker. Vielleicht hört Sie da raus, Herr. Geben schon. Den würde hier manches interessieren. Geben schon. Herr damit! Ich habe Ihnen den Schein aufgehoben und Sie danken mir so.